Ich würde gerne einmal fragen, welche Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie jemanden finden oder sehen, der sich offenbar gesetzeswidrig verhält? Was passiert da dann? Wenn sich der gesetzeswidrig verhält, entweder ich hole die Polizei oder im anderen Fall werde ich mit der Person Kontakt aufnehmen und mit dem einmal reden. Wenn das nichts hilft, muss die Polizei einschreiten, wenn es strafwidrig ist. Aber Sie haben keinen Schlagstock oder einen Elektroschock oder irgendetwas? Nein, gar nichts. Das habe ich nicht mit, nein. Jetzt sehe ich gerade im Hintergrund dieser Schütteln mit dem österreichischen Wachdienst. Ist das noch aktuell? Ist der auch, sieht man die Kollegen auch? Nein, mit dem österreichischen Wachdienst ist das nicht mehr aktuell. Dann werde ich dafür obergenommen, Herr Bürgermeister. Das müssen wir Ihnen ja noch sagen.